Moin moin und hallo, willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny und zwar in dem Video jagen wir jetzt erstmal Pekes, den Abgeleugneten in der Frikadelle. Oh, Entschuldigung, Zitadelle. Nein, Scherz beiseite, den machen wir jetzt platt. Ich weiß, das Video kommt relativ spät, aber besser als wenn es gar nicht kommen würde. So, ich bin guter Zuversicht, dass das diesmal etwas zügiger gehen sollte. Ah, hier sind schon die ersten Leute, die rumgammeln, das heißt, die warten auch schon eine gewisse Zeit, dann kann es nicht allzu lange dauern, bis das Ganze hier auch beginnt. So, da sind schon die Wölfe und auf geht's zu den Köppen. Zuhause, lass mal ein bisschen dreh, rein rein, Americaner. Na komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Bleib schön stehen. Ja, bleib schön stehen, bleibt schön stehen, bleib schön stehen. Ja, ja, das ist ein bisschen lauter Will. Mann, diese kleine Pода skule... diese kleine Pist Stufe. Auf geht's. Pik es Ich hoffe, ich bekomme diesmal wenigstens einen Schlüssel aus der Kiste. Ich habe jetzt die Kiste so häufig geöffnet, ich verstehe es einfach nicht, dass ich keine Schlüssel bekomme. Naja, ich habe jetzt ca. 100 Kisten geöffnet, also Äther-Truhen und habe bis jetzt noch nicht einen einzigen Schlüssel bekommen, somit weiß ich nicht, wo Bungie da wirklich die Statistik erhöht haben möchte oder es getan hat, ich kann es nicht mal ansatzweise bestätigen. Komm, kriegst du noch mal einen Nate dazu? Was? Die Nate ist daneben gegangen, die Nate ist daneben gegangen, mein Leben hat keinen Sinn mehr, die Nate ist daneben gegangen. Egal. So, wo ist diesmal die Truhe, da hinten kann sie sein, hier hinten kann sie sein, ist sie nicht. Da hinten kann sie auch sein, ist sie auch nicht, also ist sie hier hinten in der Ecke. Genau, die Top-Position, wo man früher die Kiste an die 5 mal holen konnte, also mindestens 4 mal war die schon drinne. Äh, Junge, soll ich weinen oder was? Ich krieg einfach keinen Schlüssel aus dieser Truhe, ich kann machen was ich will. Gut, in dem Sinne verabschiede ich mich, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video. Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau!